Vor acht Jahren hatten 15 Sängerinnen einen Wunsch, noch mehr Frauen zu finden, die eines gemeinsam haben, den Spaß am Singen. Konrad Jung, genannt Conny, ist unser Chorleiter und einer der Gründe, warum wir heute 60 Sängerinnen sind. Wir, die Rommerscheider Chorifäen, treffen uns jeden Dienstagabend im CBT Margaretenhöhe in Bergisch Gladbach zur Chorprobe. Das ist unser Chorleiter Conny, der Mann, dem wir viel zu verdanken haben. Mit seinem Einfühlungsvermögen und Sachverstand hat er uns zu einem harmonischen Chor werden lassen. Zu Beginn einer jeden Probe dasselbe Ritual. Mit verschiedenen Übungen wärmen wir unsere Stimme auf. Eine Pflichtübung für jeden Chor. Wir sind eine bunte Gemeinschaft von Frauen aus allen Altersklassen. Deshalb singen wir sowohl klassische als auch moderne Lieder. Einmal im Monat leisten wir uns etwas Besonderes. Cordula Maria Ledwoch. Sie ist eine Stimmtrainerin der besonderen Art. Mit ihren unkonventionellen Methoden überrascht sie uns immer wieder. Wir finden, Conny und Cordula ergänzen sich wunderbar. Alle Messer hoch und Sehr gut. Die anaktiv Messerkämpfer haben immer weiche Knien. Schön federn und Cordulas bildreiche Sprache ist unnachahmlich und bleibt im Kopf. Ich würde Ihnen mal untergleiten, als würde Sie ein Ei an die Wand schlagen und das läuft dann so ganz langsam die Wand runter. Sofort. Genau so. Unser jährliches Grillfest, das Neujahrsessen und gemeinsame Ausflüge gehören zum Chorleben dazu. Genauso wie das Gläschen Sekt nach der Probe. Wir treten zu den verschiedensten Gelegenheiten auf. Auf Hochzeiten, Kulturfesten, im Advent und zu anderen Anlässen. Ungefähr alle zwei Jahre veranstalten wir selbst ein großes Konzert, zu dem wir uns gerne Gäste einladen. Das sind zum Beispiel andere Chöre, Rockbands wie Undercover oder die Tanzformation Jazzlights. Mittlerweile haben wir uns sogar eine kleine Fangemeinde erarbeitet. Wenn ich unseren Chor in wenigen Worten beschreiben sollte, würde ich sagen, liebenswert, kreativ, lustig, einfach nett. Und dann war ich das Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020